Und es gibt viele Christen, die diese Lehre nicht mögen, weil sie sagen, oh, du bist dieser 1, 2, 3, repeat after me Typ. Wenn du sie im Gebet führst. Also im Gebet zu führen, hat einen schlechten Ruf. Im Gebet zu führen ist gut. Der problematische Teil ist, wenn die Leute eine schnelle Präsentation machen. Sprich dieses Gebet. Es gibt Idioten, die das tun, aber nicht hier. Ich habe so etwas hier nie gesehen. Aber in anderen unabhängigen Baptistengemeinden, manchmal machen sie so etwas. Sie machen eine schnelle, kurze, 2 Minuten, 3 Minuten, eine schlechte Präsentation. Und dann ist es 1, 2, 3, repeat after me. Sie zeigen nur 3 Bibelfersen. Okay, lassen Sie es beten. Und dann zählen Sie das als Errettung. Guck mal, das Problem dabei ist nicht das Gebet. Das Problem dabei ist die schlechte Präsentation. Wir sollen also gründlich sein beim Seelengewinnen und sie dann ins Gebet führen. Also, das Beten hat einen schlechten Ruf bei den schnellen, flüchtigen, 1, 2, 3, repeat after me Typen. Und ins Gebet zu führen hat einen schlechten Ruf auch bei den Kalvinisten. Sie haben diese komische Lehre, wo das Gebet ist eine Werke. Jesus anzurufen für die Erlösung ist eine Werke. Und sie sagen auch, dass zu glauben ein Werk ist. Obwohl die Bibel sagt, durch den Glauben nicht aus Werken. Trotzdem sagen sie, Glauben ist ein Werk. Den Herrn zu bitten, dich zu retten, ist ein Werk. Und diese Lehre wird auch von denjenigen angegriffen, die keine Kalvinisten sind, aber von einfach Säuglinge in Christus, die eine Nabelschau machen, zwanghafte Typen, die Leute, die wegen Kleinigkeiten viel Aufhebens machen. Und sie verstehen nicht, dass den Herrn anzurufen kein Werk ist. Okay. Nun, dies ist einer der dümmsten Lehren, von der ich je gehört habe. Und doch taucht sie immer wieder auf. Auch in dieser Gemeinde. Und auch in anderen Baptistengemeinden, die ähnlich sind. Sie taucht ständig auf. Wo? Weißt du, du musst den Herrn nicht anrufen, um gerettet zu werden. Es ist allein durch den Glauben. Warum sollten wir dann ins Gebet führen? Und dies ist eine dumme Lehre. Und sie taucht ständig auf. Und deswegen muss ich das Ding immer wieder runterdrücken. Okay. Unsere Seelen gewinnen Methode ist und war schon immer, das Evangelium zu verkünden. Und sie dazu zu bringen, den Herrn im Glauben anzurufen. Und das ist es, was die Bibel lehrt. Okay. Die Bibel spricht über den Namen des Herrn anzurufen, schon in 1. Mose 4. Und von 1. Mose 4 bis hin zum Alten Testament, und zum Neuen Testament, den Namen des Herrn anzurufen, ist Errettung. Nun, gibt es eine Menge Verse, die nur Glauben erwähnen? Keine Frage, aber weißt du was? Zu glauben und den Namen des Herrn anzurufen, sind untrennbar. Nun, ich werde es gleich in Römer 10 zeigen, aber lass mich dir einfach erzählen, wie dumm diese Lehre ist. Okay. Nehmen wir an, jemand geht zum Sozialamt. Sie gingen rein und sagten, gib mir bitte mein Hilfegeld. Würde jemand sagen, dass er das verdient hat? Oh, sie haben dafür gearbeitet. Das ist Werksgerechtigkeit. Würde irgendjemand, der bei klarem Verstandes glauben, dass diese Person das Sozialhilfegeld tatsächlich verdient oder dafür gearbeitet hat, weil sie ein Formular ausgefüllt oder darum gebeten hat? Niemand würde das sagen. Woher kommt also diese Dummheit, die besagt? Oh, du hast gesagt, glaube allein nicht aus Werker. Warum sollte man darum bitten? Es ist hässlich. Was wäre, wenn ich am Heiligen Abend sagen würde, Mama, darf ich jetzt mein Geschenk haben? Und sie sagt, ja, mein Sohn, hier ist es. Oh, du hast es verdient. Kein Geschenk mehr. Du hast dafür gearbeitet. Es ist lächerlich. Es ergibt keinen Sinn. Okay? Nun schlag mit mir auf. Römer 10 Vers 8 Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und Vers 10 ist die Schlüssel. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Nun halt mal an, was steht in diesem Satz? Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Weißt du, was es bedeutet, mit dem Mund zu bekennen? Das bedeutet ein Gebet. Wir dich retten. Das ist die Bedeutung. Ja? Um bedeutet Bestimmungsort. Und was ist das Ziel? Errettung. Wie kommen wir dorthin? Durch Bekenntnis. Was ist das Bekenntnis? Das steht genau da. Wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, das zu bekennen. Ja? Wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Nun, was ist Gerechtigkeit? Das bezieht sich auch auf unsere Errettung. Wir sollten vor Gott für gerecht erklärt werden, um in den Himmel zu kommen. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Die Bibel sagt also, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Also, was ist das Ziel? Gerechtigkeit, Errettung. Wie schaffen wir das? Durch den Glauben. Was ist das Ziel des nächsten Satzes? Errettung. Wie schaffen wir das? Mit dem Mund. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass wir sowohl mit dem Mund den Herrn Jesus bekennen, und mit dem Herzen an ihn glauben. Und wir werden gerettet, wenn wir beides tun. Beides gehört zusammen, weil, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wie misst man den Glauben? Wird sie in geraden Fahrenheit gemessen? Wird es in Zoll oder Pfund oder Unsinn gemessen? Wie misst man ihn? Man misst den Glauben an den Worten, die aus dem Herzen kommen. So zeigt sich unser Glaube. So misst man ihn glauben. Das ist das Ergebnis des Glaubens. Wir glauben mit dem Herzen. Und wir rufen den Herrn an. Die Bibel sagt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Nun, viele missverstehen diesen Vers. Das bedeutet nicht beschämend oder peinlich. Es bedeutet zu enttäuschen. Wenn du das alte Testament liest, bedeutet das Wort zuschanden, dass Gott dich im Stich lässt, dass du dich schämst. Es heißt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden, Juden oder Griechen. Weil jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Niemand wird enttäuscht oder beschämt sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sagt die Bibel. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herr, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und hier ist der Vorbehalt. Wie sollen sie auf den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Die Bibel ist sehr klar. Wenn du nur ein Gebet betest, ohne zu glauben, bist du nicht gerettet. Ja? Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Also, wenn du das Gebet ohne Glauben betest, bist du nicht gerettet. Wenn du das Gebet mit Glauben betest, du bist gerettet. Was ist daran so schwer zu verstehen? Du betest das Gebet mit Glauben. Oh, willst du damit sagen, dass Beten dich rettet? Genau richtig. Das Gebet rettet dich, wenn du an das Gebet glaubst. Hört jemand zu, wenn du glaubst, dass Jesus dich retten kann, ihn zu bitten, dich zu retten, rettet dich. Denn du bittest und du empfängst. Ewiges Leben. Sofort. Es ist sehr einfach. Wie kann das Werksgerechtigkeit sein? Oder zu verdienen. Das verstehe ich einfach nicht. Die Bibel sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, dessen Werde ist, der zu dir spricht. Gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Also, wenn du bittest, bekommst du das Geschenk. Die Bibel sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Immer wieder zu bitten, ist immer noch ein Geschenk. Wenn du die Gabe kennst, wenn du weißt, wer Christus ist, wenn du weißt, dass er lebendiges Wasser anbietet, musst du einfach bitten. Und dann kommt die unvermeidliche Frage, die Frage nach der Nabelschau. Die lautet, Was wäre, wenn? Und das steht in einer Reihe mit vielen anderen seltsamen, was wäre, wenn? Fragen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn jemand glaubt, aber nicht bitten, sind sie trotzdem gerettet? Nun, das ist eine dumme Frage. Und lass mich dir erzählen, warum es eine dumme Frage ist. Was wäre, wenn man an Jesus glaubt, aber bittet man ihn nicht? Der Grund, warum es eine dumme Frage ist, liegt darin, dass niemand an den Herrn glauben, an Jesus glauben, glauben würde, dass er der Retter ist und ihm nicht einmal ein Wort sagen würde. Der Grund, warum niemand auch nur ein Wort sagen und mit dem Mund bekennen würde, ist, dass sie nicht glauben. Was für ein, was für eine verrückte Person würde an das Evangelium glauben, in der Tod, Begrabung, nach Verstehung Jesu? Was für ein Mensch würde glauben, dass Gott ihn erschaffen hat und dass er auf dem Weg in die Hölle ist und dass der Glaube ihn retten würde? Was für ein Mensch würde dann nicht mit dem Vater sprechen, mit irgendwelchen Worten, auf irgendeine Art und Weise, sei es in seinem Kopf oder mit seinem Mund, sei es mit einem Seelengewinner oder im Schlafzimmer, auf irgendeine Weise den Herrn anerkennen oder ihn anrufen. Wo ich habe von Jahren in Christus geglaubt und habe den Namen des Herrn nie angerufen. Weißt du was? Du bist ein Idiot. Es ergibt keinen Sinn. Und ich meine die 1800. Definition des Wortes Idiot. Geistig behindert. Es ist wie... Es ist wie... Lass mich dir ein paar Beispiele geben, um dir dabei zu helfen. Was wäre, wenn... Was wäre, wenn ich mein ganzes Leben damit verbracht hätte, meinen richtigen Vater zu suchen? Wenn ich eine Weise wäre. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, meinen Vater zu suchen. Und endlich kommt jemand zu mir und sagt, ich habe deinen Vater gefunden. Und sie beweisen, dass er wirklich mein Vater ist. Sie zeigen mir alle notwendigen Beweise. Und ich sehe ihn an und er sieht aus wie ich. Er hat Ähnlichkeit mit mir. Und ich komme zu dem Punkt, an dem ich glaube, dass er mein Vater ist. Und ich drehe mich einfach um den Gehweg. Oder würde ich sagen, Hallo, Papa. Schön, dich zu sehen. Es freut mich, Papa. Oder nee, warte. Okay, er ist mein Vater. Tschüss. Blödsinn. Es ergibt keinen Sinn. Oder was ist? Was ist, wenn ich ein Patient bin? Dies sind alle Beispiele, die Widerspiegeln, was es bedeutet, gerettet zu werden. Wem suchst du? Den Vater. Du hast die Erlösung gefunden. Oder was wäre, wenn? Wenn ich eine Krankheit habe, die mich umbringt. Und wenn ich weiß, dass ich Stadium 4 habe. Und dann kommt jemand zu mir und bringt mir die gute Nachricht, dass es einen Arzt gibt, der die Therapie hat, die mich heilen kann. Es ist sogar völlig kostenlos. Es wird mir nichts kosten. Alles, was ich tun muss, ist, an die Behandlung zu glauben. Und ich muss nur aufhören, andere Ärzte aufzusuchen. Ich muss alle Medikamente, die ich einnehme, absetzen. Und das sind alle Werke und falschen Religionen. Und ich muss alle anderen Medikamente aufgeben. Und das ist die einzige Bedingung. Ich muss einfach an die Behandlung glauben. Ja? Und der Arzt steht 5 Meter von mir entfernt. Er steht genau da und diese andere Person erzählt mir, Okay, hier ist die Therapie. Würde ich ihm nicht sagen, Okay, Herr Arzt, ich bin dabei. Oder würde ich ihn einfach ignorieren? Weißt du, was ich meine? Und weißt du, was Gott ist da? Ich meine, Seelengewinnung ist keine Transaktion zwischen dem Seelengewinner und der unerlösten Person. Es geht um die Begegnung zwischen dem Seelengewinner und dem unerlösten Menschen und Gott. Den Namen des Herrn nicht anzurufen, bedeutet also, Gott aus dem Blick zu lassen. Wir werden ihn also ignorieren, also wer gar nicht da wäre. Es ergibt keinen Sinn. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass die Menschen das Evangelium von Jesus annehmen und an das Wort Gottes glauben und nicht einmal sagen, Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. Oder nicht einmal sagen, Ich glaube dir, Gott. Oder Herr, rette mich. Ja? Ich setze mein Vertrauen in dich, mein ganzes Glaube liegt auf dich. Sie würden in irgendeiner Form nach ihm rufen. Selbst Atheisten würden, wenn sie in Not geraten, zu Gott rufen. Willst du mir sagen, dass eine Person, die an den Herrn glaubt, nicht einmal ein Wort zu ihm sagen und seinen Namen anrufen wird? Es ergibt keinen Sinn. Ehrlich gesagt glaube ich das überhaupt nicht. Und dieser Vers, dieses Kapitel, scheint sehr stark zu verbinden, den Namen des Herrn anzurufen und dem Glauben. Beides geschieht gleichzeitig. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das unterstützt das, was ich sage. Dass jeder, der ihn anruft, gerettet wird. Hier ist die Quintessenz. Lass mich hier alles zusammenfassen. Wenn ein Mensch wirklich an Jesus glaubt, wird er ihn anrufen. Es gibt keinen Mensch, der glaubt und nie den Namen des Herrn anruft. Wenn mir jemand sagt, ich glaube, aber ich habe nie gebetet, dann stimmt etwas nicht mit dir. Du musst es jetzt tun. Tu es sofort. Manchmal kommen die Leute mit einer seltsamen Herausforderung auf dich zu. Oh ja, ich bin gerettet und ich habe den Herrn nie angerufen. Weißt du was? Wehe dir. Es stimmt etwas nicht mit dir, wenn du mich damit herausforderst. Komisch. Es macht keinen Sinn. Warum rühmst du dich, nicht das zu tun, was die Bibel mit der Erlösung verbindet, von 1. Mose bis Offenbarung? Und guck mal, Römer 10 ist ein so schönes Kapitel. Denn was tut es? Es verbindet die ganze Bibel. Die ganze Bibel ist in Römer 10 miteinander verbunden. Er erwähnt das Gesetz des Mose. Er erwähnt das Anrufen des Namen des Herrn. Er verknüpft alles miteinander und es ist perfekt. Warum wollen sie dann hier die Bibel verdrehen? Und weißt du was? Kapitel 10, Vers 10 ist schlüssig. Sie schließt einfach alles ab. Und alle anderen Verse unterstützen und verstärken sie. Also, das ist das Ende der Diskussion. Römer 10, Vers 10. Und es gibt eine Menge Bibelstellen, in denen es darum geht, den Namen des Herrn anzurufen. Was soll ich noch sagen? Das ist alles. Es gibt mehrere Beispiele, die du verwenden kannst. Ich könnte immer wieder aufzählen, wie lächerlich es wäre, wenn man an jemanden glauben würde und seine Anwesenheit völlig ignorieren. Es ergibt keinen Sinn. Und ich glaube nicht daran. Es geht nicht darum, die genauen Worte zu sagen. Es gibt schon dumme Dinge, die die Leute in der Bibel gesagt haben. Wie, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und das ist nicht das beste Erlösungsgebet. Wenn Jesus das wörtlich nehmen würde, würde das bedeuten, okay, Jesus, ich gehe jetzt in die Hölle und tausende von Jahren in der Zukunft, in der tausendjährigen Herrschaft, einfach an mich denken. Gedenke an mich. Ja. Er wusste nicht die Lehre. Er wusste nicht, was man genau sagen soll. Wäre es sinnvoller gewesen, an Jesus zu schauen und sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Ich habe es verdient, in die Hölle zu gehen. Bitte rette mich. Ich vertraue dir allein, Jesus. Das wäre ein besseres Gebet gewesen. Amen. Aber er hat einfach, er sagte es mit den Worten, die er hatte. Das kam ihm in den Sinn. Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Das war seine Art zu sagen, ich glaube an dich, Jesus. Das sagte er. Er sagte, ich glaube an dich. Das zeigt, dass er glaubte, dass er in ein Königreich gehen würde. Das war seine Art zu sagen, Herr, einfach gedenke an mich. Er wusste nicht die Lehre, aber er wusste, dass Jesus der Retter war. Er wusste, dass Jesus vor ihm starb. Er wusste, dass er gerettet werden musste. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Also er rief und er wurde gerettet. Guck mal, es kommt nicht auf die genauen Worte an. Es sind nicht die Worte, die dich retten. Eigentlich sind es die Worte, die dich retten, wenn du glaubst. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es sind nicht die genauen Worte, die dich retten. Es sind keine magischen Worte, die du wiederholst. Und viele Menschen könnten ein Gebet beten, trotzdem in die Hülle kommen, weil sie nicht geglaubt haben. Es gibt keinen einzigen Mensch, der geglaubt hat, in die Hülle kommen wird. Punkt. Will jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Sie werden ewiges Leben haben. Aber genau, dass ich nicht Trom, an auf den die Leute hereinfallen, Pastor Anderson sagt, dass obwohl man an Jesus glaubt, es reicht nicht aus, wenn du ein Gebet nicht betest. Habe ich das gesagt? Nein, ich sagte, das ist ein dummes Argument, denn niemand, der an ihn glaubt, wird ihn nicht anrufen. Jeder, der glaubt, wird anrufen. Punkt. Andere Prediger haben es vielleicht irgendwann einmal schlecht erklärt, aber ich nicht. Andere Prediger haben vielleicht etwas in diese Richtung gesagt, dass jemand, der glaubt, aber nicht gerettet wird. Selbst wenn er an Christus glaubt, wirklich an ihn glaubt. Nein, nein, wenn du glaubst, bist du gerettet. Das ist das, was ich immer gelehrt habe. Es gibt zu viele Bibeltexte, die das sagen. Und nochmal, ich hoffe, dass es dir hilft. Und übrigens, diese ganze Sache mit dem Nichtbeten war kein Problem in unserer Gemeinde. Ich habe das noch nicht als Problem erkannt in vielen Jahren. Sie dient nur der Verbeugung heute. erinnert, Und dann hört er ein